Filmfans und Fucking Freaks Das sogenannte Schrottwichteln der Fucking Freaks steht an. Der Wichtelpartner war bei mir Aquifils Filmecke, der liebe Alex, sage grüßt, der hat mir ein Paket zukommen lassen, welches ich jetzt gleich mal auspacken werde, aber da ist natürlich ein Weihnachtswichtel-Paket ist, werde ich natürlich auch noch ein bisschen weihnachtlich vorbereiten. Dann werde ich das gute Stück doch mal auspacken. Mal gucken, was er mir da ins Paket reingemacht hat. Mal gucken, dass ich das jetzt hier ordentlich und gut aufkriege. Da ist es noch nicht auf. Jetzt ist es auf. Und da ist es auf. So. Das kann erst mal weg. Ach, das. Och Gott. Hi, Mike. Erstmal hat er eine kleine Karte noch mit reingelegt. Hi, Mike. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, mein frohes Wichteln. Ich hoffe, dass der Doktor dir gefällt. Beste Grüße, Alex. Was haben wir denn da? Nein, wie cool ist das denn? Boah, ey. Nicht dein Ernst jetzt gerade. Ey, sag mal. Wie cool ist denn das? Eine QM? Ah, das ist ja geil. Nee. Boah, ey. Da fühle ich mich ja jetzt gerade ganz... Ey, sorry. Alex, wenn du das siehst, vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank dafür. Dies ist echt cool. Das ist wirklich cool. Das ist eine wirklich coole Figur. Ey, ich fühle... Da muss ich jetzt gerade ehrlich sagen, da bin ich ja jetzt... Da habe ich ja jetzt gerade ein ganz schlechtes Gewissen, was mein Paket angeht. Also das ist ja schon... Aber das ist ja echt stark. Mega. Vielen Dank. Vielen Dank für... Für die Figur. Das ist echt der Knaller. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Mega cool. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank. Ja, Alex, wenn du das Paket siehst, ich hoffe, deins ist auch angekommen. Heil angekommen. Und ja, auch wenn es nichts Besonderes ist, hoffe ich, dass dieses, die... Oder dass der Inhalt dir auch Freude bereitet hat. Ähm... Ja. Ja, das war dann so gesehen mein... Mein... Fucking Freak Wichtel Video. Mega. Hätte ich jetzt echt nichts mit gerechnet. Ich habe jetzt mit allem... Ich habe jetzt eigentlich mit allem gerechnet. Mit Querbeet durch... Keine Ahnung was. Aber nicht mit so einer... Coolen Figur. Also das ist echt... Das ist schon... Äh... Ja. Vielen Dank dafür. Ja. Wie gesagt, liebe Zuschauer, hoffe ich erstmal dieses Video hat euch soweit gefallen. Auch äh... Äh... Einen Gruß an alle fucking Freaks. Und ähm... Ich bin auch ganz baff. Also... Echt klasse. Ja. Wie gesagt, ich hoffe das Video hat euch soweit gefallen. Und dann würde ich einfach sagen... Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017